Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CSGO Adventskalenders 2017 und heute ist dann auch schon Tag 12 und somit wäre dann eigentlich auch schon die erste Hälfte des CSGO Adventskalenders fertig bzw vorbei nach dem heutigen Video. So natürlich gehen ja auch heute wieder drei Preise raus an euch und zwar würde ich oder hätte ich begonnen mit einer Mac 10 Neon Rider, dann als nächstes eine P90 Asimov, hier hoppla, das ist eine P90 Asimov und dann als letztes noch eine Aukameleon, die gewinnt sich ja wie immer von den Kommentaren des Teilnehmervideos, die Gewinner von gestern setzen ja heute wieder aus und die von vorgestern sind ja wieder mit dabei, so wie immer einfach und für diejenigen, die jetzt neu oder beziehungsweise das erste Mal einschalten, sich fragen, um was geht jetzt hier oder wie kann man hier teilnehmen, am erster Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo. In dem Video erkläre ich, wie ihr teilnehmen könnt, ich erkläre, was gibt es zu gewinnen und unter diesem Video, unter diesem Teilnehmervideo, nehmt ihr dann auch an dem Giveaway teil bzw. an dem Adventskalender. Und am 24. Dezember gibt es bei der Wehrer noch ein Knife als Hauptpress, also gönnt euch und nehmt teil. So, wir beginnen mit der Mac 10 Neon Rider, die geht heute raus an den Carbon, ja, what the fuck, 2272 Kommentare? Made? Wieso hast du bis jetzt noch kein einziges Mal gewonnen? Wann hast du die bitte geschrieben? Aber okay, mein Glückwunsch an dich. So, das Nächstes kommt dann die P90 Asimov. Wie geht raus an den? Backslammen? Nein, sorry, Boy, du hast gestern schon gewonnen. Du setzt heute aus, somit gibt es einen Reroll. Julian Riedl, du bekommst die P90 Asimov, weil du warst gestern nicht unter den Gewinnern dabei, somit gehört die Asimov nun dir. Glückwunsch an dich. Der letzte Preis war die auch Chameleon, die geht heute raus an den Ultra Mega HD. Er hat insgesamt 450 Kommentaren und anscheinend mit Kommt da, 145 hast du gewonnen. Somit Glückwunsch an euch drei. Und heute dürft ihr auch wieder mal den Hauptpreis bewundern, den es am 24. Dezember dann gibt. Ein Aufbrechmesser Freehand in Factory New. Und dann war es das dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und hilft mir auch weiter. Für diejenigen, die den Pot noch vergrößern wollen und den Adventskalender noch krasser gestalten wollen, die können natürlich Skins dazu offern. Egal ob das jetzt auch ein Blue Skin ist, was drei Cent wert ist, ich werde daraus einen Bundle machen. Ich werde ein paar Skins zusammensammeln und daraus, wie gesagt, einen Bundle machen. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn die nächsten Skins rausgeraffelt werden. Dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis morgen. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.